herzlich willkommen zu part 5 oder so zu klonur spielt klonur war ja ich bin ja heute wieder weiß nicht wie lange ich spiele ich denke mal wieder eine stunde oder so plus minus jetzt erstmal waren wir bei der story stecken geblieben und heute geht es weiter ich weiß gar nicht wie lang das noch geht ich weiß nicht wie lang die serie nicht noch geht desto länger desto besser Das ist also die Glocke der Unentschlossenheit. Oh, steht dieser verdorrte Baum hier im Weg. Entschuldigung, dass ich so verdorrt bin. Gute Güte, Fremde sind selten in dieser Gegend. Sieht so aus, als sucht ihr die Glocke der Unentschlossenheit. Eine fünfte Glocke ist auf dem Weg in die Welt. Wir brauchen das Element, um sie aufzuhalten. Sieht so aus. Sieht so aus. Sieht so aus. Man braucht keinen Grund, die Welt zu retten. Ist das wirklich wahr? Das Mädchen scheint anderer Meinung zu sein. Hör auf, Lolo zu beleidigen. Das war nicht meine Absicht. Wenn ihr die Glocke wollt, müsst ihr im Test bestehen. Ich habe so selten Besucher. Fühlt euch wie zu Hause. Oh, Lolo. 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 Ich, ich. Ich, ich. Ich mag das nicht. Du bist so dumm. Ich- Du bist so dumm. Ach du schreck. Govido Faun, ejejö. Ich kann meine Regenwegele nicht benutzen. Ich kann springen. Hallo Apollo! Ich bin so langsam. War hier was falsch? Oh, ich hab vergessen zu springen. Hey, verstehen wir mal nicht, wenn wir das dringend drücken. Aber geht's mal nicht. Ah, Mist. Ich bin wirklich befragt. Ui. Genau, geht's mal nicht. Ich bin wirklich befragt. Wow Hä, warum? Ich, vielleicht muss ich reinspringen, kann das sein? Okay, ja, ich muss Ich muss aber hier reinspringen, okay, ich hab's erstanden Ich hab's erstanden, wow Boom Ja Ist kaputt Willst du einfach nur rumstehen? Also, ich bin nicht geeignet, die Welt zu retten Wen interessiert das schon, Dummken? Sieh ihn dir an Ist nicht mal von dieser Welt, aber er gibt alles, um für Lunatia zu kämpfen Glaubst du, ergibt sich solche Mühe, weil er die Welt retten will? Nein, weil er ein einfacher Nah ist, der es nicht besser weiß Aber er kämpft weiter, denn alles was er weiß, ist es weiter zu versuchen Yeah, yeah Und du, Loro, bist genauso ein Nah Du könntest das wenigstens weiter versuchen Du hast mich ja nah genannt Soll ich mich jetzt etwas besser fühlen? Ja Bist du böse? Ja Aber danke Ja, aber danke Ja, Klo, du hast mir jemals vergeben Aber die Hilfe würde jedenfalls nicht schaden Stimmt genau Lo, lo, los geht's Cool Cool Gott, das ist ein Mousse Ja, ich bin getötet Huh Uh Kann ich sagen Muss schon sagen Gut gemacht Sehr gut Deine Entschlossenheit ist beeindruckend Und die Ergebnisse sind das, was in dieser Welt zählt. Miramira, Miranos, sind ein unentschlossenes Volk. Zweifel ist ein Teil von uns allen. Da wenn du die Zweifel akzeptierst und nach vorne schaust, wird alles an seinem rechten Platz rücken. Nimm das Element. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind alle Elemente vereint. Du bist Amotoran. Außer dem einen, mit dem Leorin auf Erden wischtest. Lass das uns, wir holen es zurück. Nicht so hastig. Zeig mir erst die Elemente, die ihr schon habt. Mal sehen. Das macht vier. Was? Hey! Na und blieb Freundin, du riechst nicht wie Baguchi. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Teorina! Die tausend hätte die Baguchi besorgungen zu erledigen. Wir passen, nicht wahr? Was? Besorgung? Hier? Fung! 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 Komm nun! Mein Sieg ist vollkommen! Äh, was zum... Jetzt habe ich sie alle. Jetzt? Wer ist dein Geist? Die- 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 Die mich verstoßen haben um diese Welt. Lerante, von der Verweil, dem Desde Fung! Sie werden alle bezahlen Leorina Oh nein, was machen wir jetzt? Es ist seltsam, dass Bagujan verschwindet Vielleicht sollen wir die, äh, hohe Priesterin besuchen Gute Idee Wow, oh nein Was war das? Das Chaos-West Kommt schon, wir müssen uns beeilen Ah Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel eigentlich noch geht Jetzt haben wir alle vier Elemente Mal schauen Was war das? Was war das? änne Was war das? Was war das? Was war das? War das? War das? War das? Orden wir Quit lounge Oh, was ist das? Komm nur hierher! Tust, tust. Was ist das? Glaubst du, das ist Chaos? Möglich. Die Luft war eine Statue und kann man atmen. Wenn wir von der Statue zu schwarz hinspringen, müssten wir es zum Tempel schaffen. Hoffe ich zumindest. Also müssen wir bei jeder Statue anhalten. Die Abwehr haben den Weg zum Tempel verändert. Ich hoffe, wir kommen noch dorthin. Keine Angst, das klappt schon. Los geht's! Hm, macht die Luft nix für euch. Muss es wirklich unangenehm sein. Okay, muss ich immer in der Nähe sein. Wird schnell sein. Oh Gott, okay. Absolut, macht's halt. Hä? Nee. Oh, Mann. Nee, nee, hab's falsch gemacht. Oh Gott, diese Luft ist schon ziemlich nervig. Nee, 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 war das wieder falsch. Nein, hä? Ich bin gar verwirrt. Also ich brauch... Oha. Nee, hä? Ah. Nee. Ja, nix. Ah. Der A sagt, muss auch B sagen. Und was er verwirrt. Dann... Nee, ich muss halt hochkommen, aber ich komm nicht hoch. Ich hab's nem vorgeschafft. Hm. Hey, Mann, hab bloß ich bin verwirrt. Nee, das weiß ich nicht. Muss irgendwie hochkommen, aber... Ich glaub mir, Dr. Google muss uns helfen. Sorry. Nee, aber hä? Mann. Ich bin nicht immer Dr. Google. Ja, was ist denn vorgemacht? 000- Mann. Hä? Mann. 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 Oh, das ist kurz her. Oh, level. Ist das nicht für mich level? Kaploo Ich bin wirklich überfordert Hä? Montag Ja Dienstag habe ich dann nachgeschaut Steh quix Ich bin nur Wollockfu Ja und er hat 5 Stimmen gebaut für das Spiel Was sind wir denn? Warum waren wir? Was ist das? Hä? Was ist das? Und... Okay, ja ich bin blöd Ich bin wieder mal blöd, weil ich nicht nachdenke Ja okay, okay das war jetzt dumm Äh nochmal Nochmal Nochmal, nochmal Ach man Man Also du denkst nicht nah, weil du doof wie doof bist Beides Und ich brauche nochmal leben Mh 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 Was ist das jetzt? Oha Gott Hä? Maluma, ich brauch dich schnell, sterbe sonst Gott Nein, 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 ich brauch Oh So, hier, 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 hier Oh Gott, hier sind ja mega viele von diesem Viecher Ja Ach, nö, nicht schon wieder Ah Ja Ja, der ist ja geplatzt Nö, mal zurück Da wieder lieben Ja Du nur sehr schlau Gott Dieses Monsterding Ja Was ist das? Mö 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 Ja 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 Nun müssenn Ja Geh War, 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 war War, war. Ich bin gut dran. Ich bin gut dran. Ich bin gut dran. Wo sehe ich denn hin? Du lässt ja alles Loot liegen. Ja, das Loot kriege ich mir ja nicht. Aber hier geht es um Leben und Tod. Da gibt es keinen Loot. Da steht ein Loot-Applu. Oh Gott, oh wow. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hin muss. Oh Gott. Lutra ja, 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 Blue äh so nehmen sie auf ja, 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 ja Das bringt ja doch gar nichts. Hä? Wo muss ich denn hin? Was ist das oder? Ansonst ja, aber vielleicht bin ich schon wieder. Was ist denn? Was ist das? Wie ist das? Was ist das? Vorher hat er den Magnus gewonnen ist. Aber dann habe ich mit ihm gerade mal einen Kuss aufgewangen. Der macht's doch gar nicht kaputt Oh, kann ich auch nicht Hä? Kann ich nur überspringen? Ne das ist Schwachsinn Hä? Also, dann muss ich schon irgendwas mit diesen zwei machen, aber was? Nein! Blöd, okay, ich bin noch da Dr. Google Zunegeschafft Zunegeschafft Vielleicht kann der den Train kaputt machen, wenn nie kann er ja nicht Dabei auch schon Ja, da geht er rein Okay, okay Wir brauchen... Ja, du... Aber nicht doofi Hm Ich hab's nur auf den geraden geschossen Was soll ich da in Schreck? Ach so meinst du's Ich hab ihn mit Es hat einen Wernی Was ist denn da hinten? Ja, tatsächlich Ja, aber blut Aua, komm hier Naja, verfehlt, Hablu Nur der Chris-Polfi, ach Mann Ja Da musst du auf die... Manja, hablu Aha, sie nennt sich jetzt also selbst Leorina Ja, Priesterin, wollt ihr damit sagen, dass nun das Leorina... Ja, mich fürchte, es ist wahr Sie war die Priesterin, die wir einst aus Leor kannten Eine Priesterin Sie ist eine Priesterin Auch Leor war in Novizin, in diesem Tempel Aber eines Tages, während ihrer Ausbildung Lange dauert diese nutzlose Ausbildung noch Du darfst die Dinger nicht überstürzen Du kannst den Fingern der Welt nicht erlangen, solange deine Seele hart los ist, oder? Mir Schön Dann werde ich meinen eigenen Weg zur Macht finden Die Götter werden mich sicher anerkennen Das waren Leos letzte Worte, bevor sie ging Wir konnten nichts dagegen unternehmen In der Macht waren, hat sie ihre Wahlberufung zur Priesterin aus den Augen verloren Für Priesterin, ich Wow Oh, das war's Ah Oh 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 Die fünfte Glocke ist erschienen. Geht jetzt, Lolo und Klunoa. Ihr müsst die Böse Macht zurückhalten, die Leorina freigesetzt hat. Komm schon, du. Zusammen schaffen wir es. Komm schon, Klunoa. In Ordnung, los geht's. Popka wird immer ignoriert. Das ist mögliche nur Lolo und Popka. Ne, Popka darf nicht. Pass auf, wenn du die Umgebung nicht mit Flurlos ausläufst, scheinen sich Grips an und gehen auf Klunoa los. Oh ja. Was ist denn ein Glücks? Nein. Oh Mann, was hat das denn jetzt? Mann, nein, schon wieder. Ich will wieder rüber. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. штabene dead. In Ordnung, verzug GOe ich jeweilsorn. Ja, dann kam er auch ein Silence. Das Level ist angenehm, keine Rätsel, nur leuchtiges. Na gut, wenn die auch so watsfats... Was ist das? Ja, das ist das Ding, was ich gar nicht anfassen darf. Ich baue eins. Ich leuchte doch. Hey! Hey, Mann, ich will das einsammeln! Oha! Nächstes Level. Vorher noch einfach, jetzt wird schlecht! Natürlich ist hier irgendein Feuer! Ich bin bald tot! Ich bin bald tot. Was gibt's denn da unten? Herz! Nein, ich leuchte nicht mehr! Ja, gleich leuchte wieder! Ich spiele das doch richtig schnell, ne? Da war alles übersprungen! Da war alles übersprungen! Warte, ne, ich schummle nicht! Aua, Mann! Ich stehe wieder einsammeln! Ich stehe wieder einsammeln! Ne, nicht aber, Mann. Du musst aufhören, Leorina. Hm, es ist zu spät. Oh, Mann. Echt? Wenn das cloud Woah ist, muss ich Ihnen sehen. Dann wird es mit der Welt, was clash, was Lo!* Und dann wird sie die alten Gnade im Falle kommen. Ne, Anthony! Ah, we will eine Erstenheit sein zu lassen! Es wird für euch. Aber es ist echt nicht so, dass sie versteht worden, und die in meinen DienstenА Account verliebt. Was zum? Und der sah lustig aus. 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 Und der sah lustig aus.